Ist es für die Eltern haram gemeint, zu den Kindern zu sein? Ja, das ist nicht in Ordnung. Denn die Eltern sollten auch die Rechte ihrer Kinder kennen und ihre Kinder mit Liebe und mit Zuneigung behandeln. Außer wenn die Kinder sehr frech sind, dann können sie natürlich entsprechend sie liebevoll darauf aufmerksam machen, dass sie falsch gehandelt haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitteschön.